Hallo, schön dass du dabei bist. In diesem Video zeige ich euch wie man die Waffe holstert. Wenn ihr noch nicht wisst, wie ihr euren eigenen Raum erstellt, ich verlinke das gerne hier oben. Wir gehen in unsere Uhr, auf This Room, Settings. Dann hier rüber auf Game Mood. Dann spawnt der MakerPen vor uns, den nehmen wir immer in die Hand. Dann kann man hier bei Hip Equip Slots, kann man hier einstellen, entweder eine Seite, dann ist das nur die rechte Seite, oder beide Seiten. Dann könnt ihr hier links und rechts eure Waffe reinlegen. Wenn ihr dann auf der zweiten Seite, könnt ihr hier noch euren Schulterplatz, also hinten am Rücken, das einstellen. Wenn ihr das hier einschaltet und auch rüber zieht, könnt ihr auch die Waffe hinten am Rücken machen. Wenn ihr mal eine Frage habt, oder ich mal irgendwas erklären soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Gegner oder Bots in den Raum bekommt, ich verlinke das gerne mal hier oben. Das war das Kurzvideo, wie man die Waffe holstert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und bye bye. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.